Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt wenige Behörden, die in den letzten Jahren so sehr für ihre eigene Abschaffung geworben haben wie die Landesämter und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das zeigt vor allem die Geschichte des NSU und die Rolle des sogenannten Verfassungsschutzes dabei. Rechte Strukturen wurden nicht bekämpft, Hinweisen nicht nachgegangen, und im direkten Umfeld des NSU gab es sage und schreibe über 40 V-Leute. Mittlerweile wissen wir, dass führende Mitglieder der rechten Szene, darunter Straftäter, V-Leute waren, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, der deutsche Blood-and-Honor-Chef sowie führende Funktionäre von NPD und FAP. Meine Damen und Herren, der sogenannte Verfassungsschutz hat keine Sicherheitslücken. Er ist eine Sicherheitslücke im Kampf gegen Neonazis. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von der SPD – Deshalb gibt es völlig zu Recht eine breite und eine berechtigte Kritik an den Diensten. Aber bei dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz gab es noch einen massiven Stellenausbau unter Schwarz-Grün, von 250 auf 390 Stellen, während andere Behördenstellen abbauen müssen. Heute beraten wir einen vorliegenden Gesetzentwurf für den Verfassungsschutz, der jetzt nach vielen Jahren Ankündigung endlich vorliegt. Meine Damen und Herren, die GRÜNEN haben auf ihrem Parteitag letztes Wochenende mehrheitlich gegen den Inhalt des Gesetzes gestimmt, und zwar völlig zu Recht. Wer Bürgerrechte verteidigen will, der muss diesen Gesetzentwurf ablehnen. Schon vor etwa zwei Jahren hat Schwarz-Grün einen Gesetzentwurf vorgestellt. Dieser Gesetzentwurf war nicht einfach nur schlecht. Er war so schlecht, dass die eigene Expertenkommission ihn in Bausch und Bürgen auseinandergenommen hat. Der Vorsitzende, Prof. Jentsch, immerhin prominentes CDU-Mitglied, sagte damals, der Entwurf sei verfassungswidrig. Erst wenige Tage vor der Plenarwoche kommen knapp 70 Seiten, vermutlich vom Landesamt für Verfassungsschutz selbst geschrieben. So liest es sich jedenfalls. Ich finde, allein dieses Verfahren ist schon eine Unverschämtheit, wie Sie das hier wieder gemacht haben und das hier heute eingebracht haben. Jetzt kommen wir zu dem Inhalt. Was Sie da vorschlagen, ist gruselig. Das ist gruselig. Bevor ich einige Punkte herausgreife, will ich feststellen, als LINKE bleiben wir dabei. Der Verfassungsschutz wird seinem Auftrag, die Verfassungsschutz schützen, nicht gerecht. Wenn offenkundig Hinweise auf Waffen und Sprengstoff und auf Untergrundstrukturen der Neonazis nicht nachgegangen wurden, wenn sie nicht weitergegeben wurden, wenn Akten verschwunden sind, V-Leute als Straftäter geschützt wurden und all diese Erkenntnisse dann nicht aufgeklärt werden, sondern zur Geheimsache erklärt werden, und zwar bis zum Jahr 2134, dann zeigt sich hier, ganz deutlich, dass der Verfassungsschutz Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Jetzt will ich zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs kommen. Hier steht zunächst, dass der Geheimdienst nur dann mit V-Leuten zusammenarbeiten darf, wenn die V-Leute nicht selbst Straftaten oder gar schwerste Straftaten begangen haben. Aber am Ende beider Absätze gestatten sie der Behörde Ausnahmen. Also entscheidet das Landesamt einfach selber, ob es sich daran hält oder nicht, weil die Behördenleitung es eben auch anders entscheiden kann. Das heißt, das ganze V-Leute-System bleibt unangetastet. Und ich finde, das geht nicht. Wir müssen aufhören, Neonazis dafür zu bezahlen, dass sie Neonazis sind. Das ist eine der wichtigen Lehren. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Ich finde, wer die V-Männer des Verfassungsschutzes in den Vernehmungen eines Untersuchungsausschusses erlebt hat, der wird wohl kaum behaupten, dass von denen die Sicherheit unseres Landes abhängt. Schlimm wäre es, meine Damen und Herren. Das sind überzeugte Neonazis, die das Geld der Behörde gerne nehmen. Das fließt zum Teil in den Aufbau der rechten Strukturen. Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass ihnen diese Nazis offen und ehrlich erzählen, was sie wissen, dass sie da offen und ehrlich berichten. Das ist doch absurd. Noch viel schlimmer. Die Landesämter haben ja nicht nur Informationen der V-Leute abgeschöpft, sondern sie haben sie aktiv gesteuert. Das ist ein riesiges Problem, und deswegen muss Schluss sein mit diesem V-Leute-System, und das müsste als Allererstes beendet werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90%ig und dem BÜNDNIS 90%ig ist, warum die GRÜNEN das entgegen der eigenen Überzeugung, ihrer Programmatik und im Widerspruch zu ihrer Bundestagsfraktion so mittragen wollen. Nächster Punkt. Der Gesetzentwurf erhält eine so massive Ausweitung der Ausspähung, dass einem Angst und Bange werden muss. Wir wissen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, dass der Geheimdienst ohnehin schon alles an Daten mitnimmt, was er kriegen kann, das grundgesetzlich geschützte persönliche Kernbereich, dass ihm das völlig egal ist. Wir haben Akten erhalten, die niemals hätte angelegt werden dürfen, und diese Akten sind über Dutzende Schreibtische gegangen. Aber selbst dieser offenkundige Datenmissbrauch hat keinerlei Konsequenzen, ganz im Gegenteil. Jetzt soll einer solchen Behörde auch noch gesetzlich zugestanden werden, noch mehr Daten auszuspähen, und zwar eigentlich alles, was den Dienst interessieren könnte, Telefone, Informationssysteme, Wohnungen, Mobilfunkgeräte, Post, Postdaten, Telekommunikationsdaten, faktisch alles, und auch observative Mittel kommen noch dazu. Diese Kompetenzen übertragen Sie einer Behörde, in deren Abgründe wir im NSU-Untersuchungsausschuss gerade drei Jahre lang haben schauen können, Herr Bauer. Sie wollen den Inlandsgeheimdienst jetzt noch mit einer besonders scharfen Waffe ausstatten, und das ist der Staatstrojaner, verharmlosend auch Online-Durchsuchung genannt. Der ist aus vielen Gründen hochproblematisch. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ein wichtiger davon ist, dass Staatstrojaner funktionieren nur, wenn IT-Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. In der Tat, ein außer Kontrolle geratener Staatstrojaner namens WannaCry hat im Frühjahr Bahnanzeigen in Hessen und weltweit unter anderem in Krankenhäusern außer Gefecht gesetzt. Der hat doch gezeigt, wie gefährlich es ist, was für eine Büchse der Pandora es ist, die sie eröffnen, die sie doch selbst überhaupt nicht kontrollieren können. Ich will nur anmerken, dass auch die Beweiskraft von den Trojanern sehr umstritten ist, weil sie nicht nur beobachten können, sondern sie können Daten auf dem Computer auch verändern. Deshalb finden wir den Einsatz von Staatsstrojanern generell hochproblematisch, selbst mit richterlicher Anordnung und auch bei Anwendungen durch die Polizei. Dieses Werkzeug aber ausgerechnet einem Inlandsgeheimdienst, nicht der Polizei, Herr Frömmrich, einem Inlandsgeheimdienst an die Hand zu geben, um die eigenen Bürger zu spitzeln, das geht überhaupt nicht. Das ist völlig inakzeptabel, und das ist ja längst nicht alles. Sie wollen jetzt die Daten von Minderjährigen unter 14 Jahren speichern. Das war auch ein Thema vom CSU-Innenminister und Spitzenkandidaten Herrmann im Wahlkampf, der gesagt hat, man muss die Altersgrenze eigentlich völlig abschaffen. Ich frage Sie, gibt es denn einen Fall, wo ein unter 14-Jähriger den Bestand des Landes gefährden würde? Gibt es einen solchen Fall? Herr Minister, wenn man erhindern will, dass Kinder und Jugendliche in den Terrorismus abgleiten, dann sollte man vielleicht einmal Sozialarbeiter einstellen und nicht den Geheimdienst auf Kinder ansetzen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Nein, der Verfassungsschutz muss überhaupt nicht mitteilen, wer und warum überhaupt bespitzelt wurde. Auch das ist ein riesiges Problem. Ich sehe die Zeit, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Auch die parlamentarische Kontrolle ist wirklich ein schlechter Witz. Nicht einmal die Vorschläge der eigenen Kommission haben sie aufgegriffen. Es ist praktisch ein Kontrollverhinderungsgesetz. Wir haben jetzt schon die Situation, dass die SPD die einzige Oppositionsfraktion, die überhaupt im Gremium sitzen darf. Es gibt überhaupt keine weitgehenden Rechte. Man kann nicht mit fünf Abgeordneten bei diesen Einschränkungen einen Geheimdienst überwachen oder überhaupt kontrollieren. Deswegen hat das nichts damit zu tun, was hier mit Kontrolle eingefordert ist. Ich kann mich dem Votum des grünen Landesparteitags nur anschließen. Ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück. – Vielen Dank. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Redebeiträge von Frau Wissler, Greilich und Frau Faeser haben gemeinsam ein paar Dinge ausgeblendet. Bei Frau Wissler ist es die Lebenswirklichkeit. Bei Frau Wissler ist es die tatsächliche Bedrohungslage. Bei Herrn Greilich und Frau Faeser muss ich leider sagen, Sie haben den Gesetzestext, den wir vorgelegt haben, auch ausgeblendet. Denn das, was Sie erzählt haben, hat mit dem, was wir hier miteinander jetzt zu verhandeln haben, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das sachgerecht ist. Das heißt, ich bin mir sicher, dass es nicht sachgerecht ist. Aber wo ich mir nicht sicher bin, ob auch unter dem Gesichtspunkt, dass man hier politisch durchaus miteinander streiten muss, ob eine solche Ausblendung der Tatsachen dann noch verantwortlich ist vor den Bürgerinnen und Bürgern hier in diesem Plenarsaal. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Bedrohungslage ist nach wie vor groß, und sie ist real. Kollege Bauer hat vom heutigen Tag berichtet. Die Realität hat uns in Deutschland in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren, ebenfalls eingeholt. Wir schauen nicht mehr nur auf Paris, auf Brüssel, sondern wir haben in Ansberg, wir haben in Würzburg, wir haben in Berlin eigene Opfer von terroristischen Anschlägen zu beklagen. Damit muss man leider sehen und erkennen, dass die Bedrohung tatsächlich real ist. Wir haben im Moment eine eher nachrichtendienstliche Lage als eine polizeiliche Lage, weil wir darauf angewiesen sind, in den Extremismusphänomenen mitzubekommen, was dort geschieht. Das gilt sowohl für den Rechtsextremismus, das gilt auch für den Linksextremismus, aber es gilt vor allen Dingen auch für den islamistischen Extremismus. Wir brauchen diese Informationsgewinne, um am Ende die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch unsere Sicherheitsbehörden, unter anderem das Landesamt für Verfassungsschutz, sicherstellen zu können, und dafür braucht es Werkzeuge. Die Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz brauchen Werkzeuge, um genau diesen Auftrag, Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande zu gewährleisten, herstellen zu können. Darum bitten wir mit diesem Gesetz und mit den Maßnahmen, die dort vorgesehen sind. Wir müssen auf die Bedrohungen angemessen reagieren. Das tun wir mit den Veränderungen, die wir in dem Gesetz vorgesehen haben, zu den heutigen Regelungen. Wir haben zugleich die Kontrollfunktion des Parlaments gestärkt. Das ist unbestreitbar, weil wir die Kontrollfunktionen des Parlaments völlig verändert haben und sie in wesentlichen Punkten dem Bund nachgebildet haben. Insofern ist das, was Sie hier vorgetragen haben, im Regelfall falsch gewesen. Meine Damen und Herren, wir haben im Regelfall falsch. Sie haben nicht alles falsch gemacht, aber entschuldigen Sie, Frau Kollegin Faeser, Sie haben darüber gesprochen, dass Abgeordnete keine Notizen machen dürfen. Das ist natürlich Käse. Natürlich haben Sie gesagt, sie dürfen keine Notizen machen. Ich habe es zumindest gehört. Das ist falsch. Es ist einfach falsch. Meine Damen und Herren, man muss es eben nur VS-konform machen. Das haben wir in dem Gesetzentwurf festgelegt, weil es am Ende auch ein Stück weit um Geheimhaltung geht. Deswegen bleibe ich dabei, es war deutlich an der Sache und am Gesetzestext vorbei, was Sie hier vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, wir bilden mit dem Gesetz, das wir Ihnen vorlegen, das nach, was wir uns über Jahre hinweg auch unter dem Eindruck von NSU erarbeitet haben. Angefangen von den 47 Handlungsempfehlungen, die der Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag vorgelegt hat. Mit der Kanterkommission, die wir bei uns in Hessen eingerichtet haben, weil wir sehr selbstkritisch mit all den Fragen, mit den furchtbaren Dingen umgegangen sind. Wir haben damals schon gesagt, dass wir die Aus- und Fortbildung verändern müssen. Dafür haben wir uns der Akademie des Bundes angeschlossen. Wir waren die Ersten, die dort mitgemacht haben. Wir haben das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Prävention aufgenommen. Wir haben das Thema Einsatz und Führung von V-Personen damals schon erkannt als ein Problem. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz war für uns schon ein entsprechendes Problem. Wir haben am Ende das Internet als Aufklärungsmittel verankert mit beim Verfassungsschutz. Wir haben eine Stärkung der Verbundarbeit ebenfalls im Verfassungsschutzverbund der Länder und des Bundes gesehen. Wir haben uns darüber hinaus sehr selbstkritisch mit der Frage von Daten, von Akten und von der Kontrolle all dieser Verwaltungsvorgänge auseinandergesetzt. Meine Damen und Herren, wir sind da nicht stehen geblieben. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, wir setzen eine Expertenkommission daran, die überprüfen soll, was wir seit diesen Empfehlungen im Deutschen Bundestag alles verändert haben und wie sich die Polizei, die Justiz und wie sich das Landesamt auf diese entsprechenden Vorgaben eingestellt hat. Meine Damen und Herren, schauen Sie in den Bericht hinein. Dort ist im Wesentlichen entweder ein Hakendrang an die Fragen gemacht worden, oder es ist berichtet worden, dass wir auf einem sehr guten Weg in allen Bereichen sind. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Sie das infrage stellen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich genau auf diese Frage eingestellt. Sie haben das aufgenommen, und Sie haben sich mit großer Mühe darum, dass wir das entsprechend verbessert haben. Die Expertenkommission hat das überprüft und für gut befunden. Sie haben sich dann unser Gesetz angeschaut. Da gibt es in der Tat ein paar unterschiedliche Einschätzungen, die sich am Ende auch in diesem Regelwerk auswirken. Aber im Wesentlichen, im Kern haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben natürlich in diesem sehr dynamischen Prozess sehen müssen, wie andere Länder mit dem Verfassungsschutz umgegangen sind. Wir haben seit der Vorlage unseres Gesetzes eine Veränderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes mit allerlei neuen Vorgaben. Da will ich Ihnen einmal sagen, Sie sind diejenigen, die hier eben noch am Rednerpult gesagt haben, wir müssen die Zusammenarbeit stärken. Wenn wir die Zusammenarbeit stärken, dann müssen wir auch zusehen, dass wir auf ähnlichen Rechtsgrundlagen arbeiten. Deswegen war es wichtig, dass wir das Bundesverfassungsschutzgesetz abgewartet haben, um darauf unsere Konsequenzen für unser Gesetz entsprechend zu ziehen. Auch das war ein wesentlicher Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Wissen Sie, die Zusammenarbeit der Landesämter und des Bundes ist nicht nur eine Frage von Sonntagsreden oder von irgendwelchen Parteitagsreden, sondern da muss man dafür Sorge tragen, dass auch wirklich der gesetzliche Rahmen so passt und so stimmt, dass die Behörden auch gut zusammenarbeiten. Denn das ist das, was in unserem Interesse – nein, ich korrigiere mich –, was im Interesse der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land ist. Herr Kollege Frömmrich hat es schon angedeutet. Es gab auch Rechtsprechungen. Wir haben das Antiterrordateigesetz im Jahre 2013 gehabt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu eingelassen. Das BKA-Gesetz ist das Verfassungsgericht im Jahr 2016 herangegangen. All das musste in einem solchen Gesetzentwurf aufgenommen werden. Das haben wir gemacht. Das ist nach meiner Einschätzung nicht kritikwürdig, sondern im Gegenteil. Es war erforderlich, dass wir das so tun. Wir arbeiten konsequent an der Stärkung des Verfassungsschutzes. Ja, Frau Kollegin Wissler, wir arbeiten an der Stärkung des Verfassungsschutzes, weil wir wissen, wie wichtig diese Behörde ist, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Land sicherzustellen. Wir haben die Stellen verbessert. Wir haben die Mittel vermehrt. Wir haben die Organisation geändert, um alle Phänomene optimal bearbeiten zu können. Wir haben das Amt operativer gestaltet, mit großem Erfolg, wie Sie im Bericht des Landesamtes nachlesen können. Wir haben dafür gesorgt, dass die Prävention eine Verankerung im Gesetz hat. Auch das ist ein besonderer Wert, der von Schulen, von Behörden, von Kommunen sehr wertgeschätzt wird, weil wir dort eine beratende, eine Dienstleistungsfunktion für andere in unserem Land wahrnehmen. Ein letzter Punkt. Wir haben die parlamentarische Kontrolle ebenfalls konsequent gestärkt. Nein, meine Damen und Herren. Ich finde, dass wir mit dem Gesetzentwurf eine angemessene Reaktion auf die neuen Bedrohungen haben. Deswegen bitte ich Sie, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Zuvor werden wir selbstverständlich im parlamentarischen Gang alle Anhörungen machen, diskutieren und uns anschauen, was Experten zu unserem Gesetzentwurf sagen. Aber am Ende wird es darum gehen, dass wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger optimal gewährleisten müssen. Dazu leistet das Landesamt für Verfassungsschutz einen wichtigen Beitrag. Dafür müssen wir ihm die Werkzeuge in die Hand geben. – Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Dr. Janine Wissler – Das Wort hat Frau Abg. Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, Sie sagten, Sie hätten die parlamentarischen Kontrollrechte gestärkt. Ich will Ihnen aus Ihrem Gesetzentwurf etwas zitieren. Art und Umfang der Kontrolle wird durch die Landesregierung bestimmt. Ich zitiere § 3 Ihres Entwurfs, Abs. 2. Zeit, Art und Umfang der Unterrichtung der Parlamentarischen Kontrollkommission werden unter Beachtung des notwendigen Schutzes der Quellen durch die politische Verantwortung der Landesregierung bestimmt. Wo ist denn da die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, Herr Minister? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, § 5 Ihres Gesetzentwurfs, wo die vermeintliche Stärkung wäre, die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission haben das Recht zur Unterstützung ihrer Arbeit, je eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ihrer Fraktion – jetzt kommt es, ich zitiere – nach Anhörung der Landesregierung mit Zustimmung der parlamentarischen Kontrollkommission zu benennen. Was hat denn bitte die Landesregierung mitzureden? Wer und welcher Mitarbeiter unserer Fraktion dort mitarbeitet, meine Damen und Herren? Es geht um parlamentarische Kontrollrechte. Ich lese Ihnen gerne auch noch Abs. 2 vor. Frau Kollegin, das ist völlig anders. Völlig anders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich sage vor, Herr Wagner, im Bundestagsgesetz ist es immer so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitdürfen in die parlamentarischen Kontrollkommission. Jetzt müssen die VHS geprüft sein, das habe ich gar nicht in Zweifel gestellt. Nein, 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 darum geht es nicht nach Anhörung der Landesregierung. Herr Kollege Wagner, das ist etwas anderes als Geheimschutz geprüft. Da sollten Sie sich nicht einmischen. Das ist eine starke Unterscheidung, weil natürlich Geheimschutz geprüft, dagegen haben wir nichts. Es geht um die Frage nach Anhörung der Landesregierung. Das ist der Unterschied. So, Herr Kollege Wagner, jetzt reden wir einmal vom Punkt, wenn das hier wieder einmal gehen sollte. Ich bitte um mehr Ruhe, auch auf der Regierungsbank. Danke schön. Jetzt reden wir einmal von den Rechten im Bund der Abgeordneten. Sie dürfen immer die Mitarbeiter ins Kontrollgremium mitnehmen. Jetzt lese ich Ihnen einmal vor, was Sie in Ihrem Entwurf geregelt haben. § 5 Abs. 2 Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben grundsätzlich keinen Zutritt zu den Sitzungen der Parlamentarischen Kontrollkommission. Die Parlamentarische Kontrollkommission kann im Einzelfall mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen. Das ist doch keine Stärkung von parlamentarischer Kontrolle, meine Damen und Herren. Das ist das Gegenteil. Das sind Rechte der Landesregierung. Sie bestimmen Art und Umfang, wann und wie die Kontrolle stattfinden kann. Das ist genauso, wie es damals bei der NSU war, wie wir es im Untersuchungsausschuss herausgefunden haben. Sie verbessern gar nichts, sondern verstärken Ihre eigenen Kontrollrechte, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zum Schluss noch einmal gesagt haben, dass es Ihnen darum geht, den Verfassungsschutz zu stärken und die Eingriffsrechte. Ja, das scheint für die CDU in Ordnung zu sein. Das ist an Bayern angelehnt. Ich appelliere noch einmal an die GRÜNEN, dass sie vielleicht die Erkenntnis dann auch haben, dass man auf Instrumentarien wie die Online-Durchsuchung, die einfach einen sehr starken Eingriff in Bürgerrechte darstellt, dass das herauskommt. Ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, weil es da nämlich im BKA-Gesetz um die Befugnisse der Polizei geht und gerade nicht um Nachrichtendienste. Sie müssen doch diese Unterschiede endlich zur Kenntnis nehmen. Die sind doch maßgeblich. Das ist genau das Problem auch auf Ihrem Parteitag gewesen. Jetzt obliegt es mir nicht, Herr Wagner, Sie sind völlig frei davon. Nein, das brauchen Sie auch nicht. Gebe ich Ihnen auch nicht, möchte ich auch nicht, dass Sie sie mir geben. Ich will nur darauf hinweisen, dass es einen massiven Unterschied über die Rechte von Nachrichtendiensten, ich sage es noch einmal, im Vorfeld Entstehen von Straftaten geht und um die Frage, ob bei terroristischen Bedrohungslagen ausnahmsweise für die Polizei beim Vorliegen von konkreten Gefahren Eingriffsbefugnisse wie im BKA-Gesetz geschaffen werden. Das ist ein substanzieller Unterschied, und den sollten Sie endlich begreifen. Ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, Sie werden von jedem Verfassungsschutzrechter diese Empfehlungen bekommen. In der Anhörung das prognostiziere ich schon. Wir würden gerne daran mitarbeiten, dass wir diese Sachen alle verändern in Ihrem Gesetz. Wir werden Ihnen Änderungsvorschläge vorlegen. Ich kann nur noch einmal an Sie appellieren, bevor die Experten das bekommen, diese streitige Regelung zumindest herauszunehmen. Sie schießen weit über das Ziel hinaus. Legen Sie ein Gesetz vor, das solch weitgehende Eingriffe in Bürgerrechte nicht vorsieht. Meine Damen und Herren, ich darf die Besucher auf der Tribüne bitten. Es sind nicht mehr viele da, umso mehr zu erkennen. Es ist nicht erlaubt, dass Sie applaudieren und ein bisschen mehr Ruhe bei wenigen. Trotz allem ist das störend für andere Besucher, die oben auf der Tribüne sitzen. Ich rufe auf Herrn Kollegen Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe vorhin schon einmal die zeitlichen Abläufe geschildert. Das ist ein über drei Jahre andauerndes Trauerspiel, das Sie uns vorgeführt haben. Herr Minister, ich muss sagen, durch Ihren Wortbeitrag ist es nicht besser geworden. Wenn Sie uns vorwerfen, wir hätten Ihren Gesetzentwurf nicht gelesen, das ist ja letztlich Ihr Gesetzentwurf, nehme ich doch an, auch wenn er von den Fraktionen eingebracht worden ist, dann darf ich einmal sagen, in der Präambel, um einen Teil der Textexegese vorzunehmen, beginnen Sie damit. Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Richtig, richtig, absolut richtig. Genau das ist das Thema, bei dem die Expertenkommission schon sehr viel dazu aufgeschrieben hat. So richtig, wie das ist, so unvollständig ist es nämlich. Das Grundgesetz enthält eine Legaldefinition, zwar in Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 Grundgesetz. Da kann man auch einmal als Verfassungsminister hineingucken. Danach dient der Verfassungsschutz dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes. Es ist unverständlich, und so hat es die Expertenkommission formuliert, dass das Hessische Gesetz hinter dieser Legaldefinition zurückbleibt, obwohl dieser im Bund, in den Ländern und in der Fachliteratur einheitlich verwendet wird. Bevor Sie mir wieder sagen, das hätte ich nicht gelesen, das hätte die Kommission vielleicht nicht aufgeschrieben, habe ich hier den Bericht, die Empfehlung, die Stellungnahme der Expertenkommission zu dem Entwurf für ein Gesetz zur Neufassung, zu Ihrem ersten Entwurf, wo das auch schon so, wenn auch an anderer Stelle geregelt war. Dort heißt es sehr klar, der Erlasseigener vom Bundesrecht abweichende Gesetzesvorschriften begründet Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften zur Beschreibung des Zwecks des Verfassungsschutzes. Wer hat also Recht, wer hat Unrecht? Lassen wir das der weiteren Diskussion anheim. Dann reden Sie über die Stärkung der Kontrolle des Verfassungsschutzes. Frau Kollegin Faeser hat Ihnen schon ein bisschen etwas gesagt. Sie haben vorhin aufgegriffen, es sei die Behauptung gewesen, unzulässig Notizen zu machen. Nein, das ist nicht unzulässig. Sie haben dort – das sage ich sehr deutlich – meines Erachtens eine sehr sinnvolle Regelung in dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle in § 2 aufgenommen –, den gab es auch vorher schon. Da stand er in § 21 des Verfassungsschutzgesetzes. Die Formulierung beruht durchaus auf meiner Mitwirkung, weil ich es für richtig halte, dass diejenigen, die den Verfassungsschutz kontrollieren, nicht selbst zum Opfer von Abhöraktionen und sonstigen Geschichten werden. Deswegen haben wir das so formuliert. Das steht auch jetzt drin. Was mich wundert, ist, dass der größte Kritiker dieser Regelung, als wir das damals gemacht haben, der Kollege Frömmrich, jetzt auf einmal hier steht und erklärt, das ist ja alles ganz wunderbar, was wir hier ausgehandelt haben. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Frömmrich, wenn es um die Regelung von Schutzfunktion, wenn es um die Regelung der Kontrolle des Verfassungsschutzes geht, – da haben Sie unglaublich viel vollmundig angekündigt, im Übrigen auch Ihr Koalitionspartner –, aber gelandet sind Sie als Bettvorleger für den Innenminister. Das ist das entscheidende Thema. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Die Wirksamkeit der parlamentarischen Kontrolle – das haben wir schon erörtert – wird vermindert durch die Entscheidungshoheit der einfachen Landtagsmehrheit darüber, wer denn kontrollieren darf. Das ist ein Fehler, das ist weniger, als die Expertenkommission vorgelegt hat. Die Frage der Mitarbeiter sowohl der Kommission wie auch der Frage des Einsatzes von Mitarbeitern der Fraktionen bzw. der Mitglieder der Kontrollkommission hat die Kollegin Faeser schon erwähnt. Auch da bleiben Sie weit hinter den Vorschlägen der Expertenkommission zurück. Die Möglichkeit für die ansonsten sehr isoliert mit großem Vertrauensvorschuss des Parlaments agierenden Mitglieder der Kontrollkommission zu spiegeln, einmal ein Gespräch zu führen mit Leuten, denen man besonders vertraut, nämlich z. B. mit den Fraktionsvorsitzenden über die Beratungsgegenstände der parlamentarischen Kontrollkommission. Ausgeschlossen haben Sie diese Öffnung, die die Kommission vorgeschlagen hat, die wir verlangt haben. Ich will noch zwei weitere Punkte nennen. Die Einführung eines Befragungsrechts der Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz direkt durch die Parlamentarische Kontrollkommission ist nicht umgesetzt. Es gibt ein weiteres Thema, das ich für unabdingbar halte, nämlich die Einführung einer Whistleblower-Regelung. Für diejenigen, die es nicht kennen, so etwas gibt es z.B. im Bayerischen Verfassungsschutzgesetz. Dort hat es die CSU gemacht. Dort dürfen sich Mitarbeiter an die Verfassungsschutzkommission direkt wenden, wenn es um Missstände im Amt geht. Warum wollen Sie das denn nicht? Weil Sie irgendetwas zu verheimlichen haben. Das hoffe ich doch nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich überstelle es auch nicht. Wenn das so ist, dann führen Sie eine vernünftige Whistleblower-Regelung ein. Wir werden Ihnen Vorschläge dazu machen. Das Wort hat Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich wäre Ihnen einfach dankbar, wenn Sie dem Parlament noch einmal erklären könnten, worin genau die Stärkung der Kontrollrechte des Parlaments bestünde. Herr Minister, Sie haben gesagt, das sei eine Stärkung der Kontrollrechte. Herr Frömmrich hat das auch gesagt, aber nicht weiter ausgeführt. Ich wäre einfach dankbar, wenn Sie es noch einmal erklären könnten. Ich bin jetzt auch bei der Redeführung in den Krankenherrschhaus eingesprungen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Im Gesetz habe ich es nicht gefunden. Das ist genau mein Problem, Herr Frömmrich. Wissen Sie? Ich habe mir das angeschaut. Ich meine, Art. 2 des Gesetzes ist relativ überschaubar. Da lese ich beispielsweise zu der Notizenfrage vielleicht noch einmal den Mitgliedern. Es gestattet sich für die Beratung während der Sitzung handschriftliche Notizen anzufertigen. Aus Gründen des Geheimschutzes stellt die oder der Vorsitzende im Anschluss an jede Sitzung die Einziehung und Vernichtung der handschriftlichen Notizen mit Sitzungsbezug sicher. Darf ich einmal fragen, was bringt es mir denn, wenn ich mir Notizen mache, die nach der Sitzung vernichtet oder eingezogen werden? Wo soll der Sinn sein? Okay, ich habe jetzt verschwiegen. Man darf sie auch bei der Landtagsverwaltung irgendwo in einem Umschlag verwalten und deponieren lassen. Nur, dann brauche ich auch keine Handschrift. Da brauche ich auch keine Notizen zu machen, wenn ich sie eh nicht mitnehmen darf und damit überhaupt nichts anfangen kann. Vizepräsidentin Heike Habermann Ja, genau das ist das Problem, Herr Bellino, zur Absicherung. Das ist genau das Problem zur Absicherung. Die Frage ist, wer denn das Sicherheitsrisiko ist? Sind die Abgeordneten der Parlamentarischen Kontrollkommission das Sicherheitsrisiko, gegen das man sich absichern muss? Oder was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Das ist genau das. Ihr Zwischenruf trifft den Nagel auf den Kopf. Genau das ist es. Neben dem Versprecher von Herrn Bauer vorhin, der vorhin gesagt hat, das Landesamt würde die Abgeordneten aussuchen, die in die Kontrollkommission, wo er sich versprochen hat. Er meinte wohl Landtag, aber auch das ist bezeichnend. Genau das Problem ist, dass die Abgeordneten der Parlamentarischen Kontrollkommission als Sicherheitsrisiko sehen. Das zeigt, dass sie überhaupt nichts gelernt haben, überhaupt keine Lehre aus dem gezogen haben, warum wir diese ganze Debatte überhaupt führen. Deshalb finde ich das Problem bei der Parlamentarischen Kontrollkommission. Wie gesagt, ich habe mir die weitere Formulierung auch angeschaut. Ich meine, dass wirklich alles Ernstens eine Landesregierung sogar über die Mitarbeiter von Fraktionen mitentscheidet, wohlgemerkt Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht an der Sitzung teilnehmen dürfen, weil nämlich zwei Drittel überhaupt erst zustimmen müssen, dass sie teilnehmen. Also, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt die Landesregierung schon entscheidet, welche Mitarbeiter der Opposition zuarbeiten möchten oder dazu angehört? Dann konkretisieren Sie es bitte. Dann kommen Sie doch bitte vor und erklären Sie, wo hier die Rechte der Parlamentarier bei der parlamentarischen Kontrolle gestärkt sind. Hier steht ganz deutlich, Zeit, Art und Umfang der Unterrichtung der Parlamentarischen Kontrollkommission wird durch die politische Verantwortung der Landesregierung bestimmt. So, die Landesregierung bestimmt. Das heißt, es gibt doch gar keine Möglichkeiten, auch für Mitarbeiter des Landesamtes über irgendwelche Missstände zu informieren, weil das doch gar nicht an der Landesregierung vorbeikommt, wenn sie das nicht möchte. Sie haben ja nicht einmal die Vorschläge Ihrer eigenen Expertenkommission aufgenommen. Das ist das Problem. Deswegen würde ich gerne einmal dargestellt haben, worin bitte diese Rechte bestehen sollen, die jetzt hier erwähnt wurden. Meine Damen und Herren, dazu kommt natürlich das Problem, dass wir seit der Ermordung von Halle Diosgat wissen, dass dort relevante Informationen dem Gremium vorenthalten und bewusst vorenthalten wurden. Da gab es vorher Beratungen darüber, dass man diese Inhalte dem Gremium vorenthält. Wie soll man denn als Parlamentarier etwas kontrollieren, wenn man gar nicht weiß, dass das passiert ist, wenn man überhaupt nicht darüber informiert wird? Genau das ist das Problem. Anstatt wenigstens die Lehre zu ziehen, die parlamentarische Kontrolle zu stärken, jetzt hier auch noch so zu tun, als seien die Abgeordneten der Kontrollkommission das Sicherheitsrisiko, vor das man geschützt werden müsste, und nicht hier Transparenz und Kontrolle herzustellen, das halte ich schon für ein starkes Stück, meine Damen und Herren. Deshalb finde ich dieser Gesetzentwurf, ich will auch wirklich noch einmal darauf hinweisen, dass die Frage für Bürgerinnen und Bürger zu erfahren, ob sie Beobachtungsobjekt waren, ob in irgendeiner Form Ihres Smartphones Daten abgegriffen wurden, dass das wichtig ist und dass Sie das völlig fair unmöglichen durch das, was Sie da selber reinformulieren. Mit § 27 machen Sie das theoretisch möglich, schreibe aber dann gleich dazu, dass das nur geht, wenn man natürlich von sich aus nachfragt, klar, man wird nicht informiert, und wenn man dann auch einen konkreten Verdacht hat und ein besonderes Interesse begründen kann. Was das ist, dieses besondere Interesse? Das steht nicht im Gesetz. Das entscheidet wieder der Geheimdienst selbst. Im Gesetz heißt es dann wörtlich, die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung. Das heißt, Betroffene erfahren weder, ich komme zum Schluss, warum Ihre Daten gespeichert wurden, oder auch nicht, und noch nicht einmal, warum sie dazu keine Auskunft erhalten. Deswegen haben diese Kompetenzen mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Ich finde, wir brauchen einen anderen Gesetzentwurf. Es kann nicht wahr sein, dass nach der ganzen Geschichte des NSU dieser Gesetzentwurf die Konsequenz aus diesem Versagen sein soll. Meine Damen und Herren, es blieb keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann können wir den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung in den Innenausschuss zur weiteren Beratung und Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen, zusammen mit dem Antrag Tagesordnungspunkt 31. Widerspricht keiner, ist das beschlossen. Damit sind wir für den heutigen Tag am Ende. Ich wünsche einen schönen Abend. – Danke schön. – outrageous wäre, dass das gar nicht passiert ist. Woah, im Hintergrund. – Danke. Also NotGG, auch Use, – Vielen Dank.